Du hast dich schon im E-Mail-Marketing versucht? Großartig! Du versendest regelmäßig E-Mail-Newsletter. Du nutzt also E-Mail-Automation. Trotzdem kauft niemand was, keine Rückmeldungen, no response. Woran liegt das? Wenn du wissen willst, wie E-Mail-Marketing-Automation richtig funktioniert und einfach funktioniert, solltest du unbedingt dranbleiben und dieses Video komplett anschauen. Vielleicht sogar zweimal. Wirst du es leid, stundenlang vor dem Computer zu sitzen, E-Mails zu tippen, nur um an einem Ende des Tages festzustellen, dass du kaum vorangekommen bist? Willkommen in der Welt des traditionellen E-Mail-Marketing, mein Freund. Aber stopp, stopp! Bevor du den Laptop jetzt aus dem Fenster wirfst, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Stell dir vor, du hättest einen kleinen Help. Einen Helfer, der dir all diese langweiligen Aufgaben abnimmt. Er schreibt nicht nur deine E-Mails, sondern weiß auch, wann er sie senden muss und an wen. Schöne Fantasie, oder? Falsch! Willkommen in der Welt der E-Mail-Marketing-Automatisierung. Ja, du hast richtig gehört. E-Mail-Marketing-Automatisierung ist der umsummene Held der digitalen Marketing-Welt. Es ist wie dein persönlicher Assistent, der immer bereit ist, dir bei all deinen E-Mail-Bedürfnissen zu helfen. Und das Beste daran, der schläft nie. Und jetzt stell dir vor, dieser kleine Helfer hätte einen Namen. Also nennen wir ihn Quenten. Quenten ist nicht nur irgendein Assistent. Nein, Quenten ist der Star der E-Mail-Automatisierung. Mit ihm an deiner Seite kannst du die Welt erobern. Oder zumindest ein Postfach. Wie funktioniert das alles? Keine Sorge, ich lass dich nicht im Dunkeln da. Von der Erstellung automatisierter E-Mail-Kampagnen über die Segmentierung deiner Zielgruppe bis hin zur Analyse deiner E-Mail-Kampagnen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also, wenn du bereit bist, deinen E-Mail-Albtraum in einen Traum zu verwandeln, dann bleib dran. Denn was ich dir heute zeigen werde, wird dein Online-Business-Leben verändern. Bereit? Dann lass uns loslegen. Test-Account bzw. meinen Spezial-Experten-Dien findest du unter diesem Video. Auf der Quenten-Website findest du natürlich auch eine Übersicht aller Funktionen, damit du dich zuerst mal ein bisschen informieren kannst. Test-Accounten bietet eine Reihe von Video-Tutorials, ein super Benutzerhandbuch, einen tollen Support. Was kannst du damit alles machen? Abhängig von deinem Plan, den du nutzt. Auf jeden Fall Marketing-Automation, Sales-Pipelines, E-Mail-Marketing, Lead-Management und Landing-Pages kannst du erstellen. Gut, dann lass uns mal ins Dashboard eintauchen. Zuerst brauchen wir ein Formular. Element, verbinden, responsive Formular. Ganz einfach erstellt, Überschrift, Felder, Name, der Stirn zeigt, was ist erforderlich, was nicht. Code-Snippet, Formulare dann ganz einfach auf der Website einbinden, benennen, damit du es nachher auch wieder findest, auch benennen. So, das ist jetzt nur das Double-Opt-In. So, dann schreiben wir natürlich unsere E-Mail-Texte, bla bla bla, sehr gerne da sowieso. So, mit den Fülltexten, Webseite, Dankeseite, eine Sequenz, die nennen wir E-Mail-Sequenz, Rückruf anfordern, bestätigen, richten sie ein. So, wir wollen einen Rückruf. Das heißt, ein Startsymbol, ein Element, ein Timer, noch ein Element, wir verbinden das Ganze miteinander. In der ersten schreiben wir jetzt unsere E-Mail, mein Angebot für Sie, ein Quinten-Angebot in dem Fall, so, zwei Tage, nächste E-Mail, vereinbaren Sie einen Rückruf, Überschrift, bla bla, das übliche halt, ganz einfach, eintragen, link hinein, fertig, speichern. Dann brauchen wir das Element, Formular, wo er sich eintragen kann, das nennen wir Rückruf anfordern, gestalten ein Formular, rufen Sie nicht zurück, brauchen noch Name, Vorname, Ok. Ok, E-Mail, Vorname, Nachname ist wichtig, Telefonnummer wäre natürlich auch sinnvoll, wenn man angerufen werden will. Ok, die Einstellungsmöglichkeiten, die sind selbsterklärend, die muss ich dir hier jetzt nicht extra zeigen. Link zur Dankeschön-Seite, oder wir nehmen eine vorhandene, die Tags zur Kennzeichnung setzen wir gleich, ok. Was bedeutet jetzt Tag zur Kennzeichnung? Wir wollen ja wissen, von wo ist er gekommen, das heißt, hat Interesse. Hier setzen wir den Tag Rückruf angefordert, dann schicken wir natürlich ein Follow-up, das machen wir auch wieder mit einer Sequenz, das bekommt natürlich nur der, der den Tag hat. Follow-up, Startsegment, vielen Dank für Ihr Interesse, wir melden uns in Kürze, Timer, drei Tage, noch eine E-Mail, kaufen Sie unsere Beratung im Abo, Timer. Sechs Tage, kaufen Sie jetzt, speichern, veröffentlichen und so können wir automatisiert verkaufen. Wir haben jetzt ein Produkt in Digistore angelegt, das verbinden wir jetzt natürlich und sagen, wenn er über Digistore kauft, dann wird das hier eingespielt, direkt von Digistore. Oder er bekommt den Tag, hat gekauft, oder, ja, Käufer, ok. Also, kinderleicht, mit anderen Drittanbietern zu verknüpfen, mit Sebir zum Beispiel. Und veröffentlichen, das war's. So einfach ist es in Quenten. Das Wesentliche aber bei Quenten, DSGVO-konform, absolut professionell, super Support, extrem gute Zustellraten, sodass nichts im Span landet. Für mich genial, vielleicht gefällt es dir auch, probiere es gerne aus. Et voilà, meine Freunde, das ist die Magie der E-Mail-Marketing-Automatisierung mit Quenten. Das war ein langer Weg, aber wir haben es geschafft. Jetzt ist es an der Zeit, dass du das Ruder selbst übernimmst. Also, worauf wartest du noch? Die Welt der E-Mail-Marketing-Automation wartet auf dich. Spring rein und entdecke, was Quenten für dich tun kann. Testlink und Spezialdeal findest du in der Beschreibung.